In Halle 3 könnt ihr eine Vielfalt an Sportfischerbooten erleben und verpasst nicht das neue Sportfishing Center. Hier teilen Profis ihre wertvollen Tipps und Tricks. Das ist die Glaswerkstatt. Hier gibt es zum ersten Mal auf der Boot eine gläserne Werkstatt. Hier bauen wir ein Angelboot zusammen. Es geht ums Sportfischen, Sportfishing Center. Das heißt, wir fangen an Tag 1 an mit einem leeren Bootsrumpf, einem Angelbootsrumpf. Da ist nichts drin, das schwimmt zwar schon, aber kann sonst nicht viel. Und an jedem Tag der Messe bauen wir ein Stückchen weit aus dem leeren Bootsrumpf ein richtig krasses Angelboot. Da kommen Echolote rein, ein Bugmotor, ein Heckmotor, der richtige Trailer, jede Menge Netzwerk. Und ganz am Ende ist es eine richtig tolle Fishingmaschine, das Schönste. Die Messebesucher können das Ding gewinnen. Es gibt ein Gewinnspiel, das ist am Sonntagnachmittag. Ziehen wir einen Glücklichen und der nimmt das Ding mit nach Hause im Wert von gut 30.000 Euro. Wir haben zwei Jungs aus einer richtigen Angelbootmanufaktur dabei, von Rheinlandboote aus der Werkstatt. Und die schrauben hier jeden Tag ein paar Stündchen rum. Die Gäste, die vorbeikommen, haben oft eigene Projekte an ihren Angelbooten. Und hier können die Profis fragen und ein bisschen über die Schulter schauen und sich Tipps abholen für das eigene Projekt zu Hause. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020